Guten Morgen, hallo wach. Wir haben den 3. Juni, relativ früh am Morgen, und in diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Gestern eine schöne Rallye gemacht. Wie viel Prozent waren denn das? 2,56 Prozent. Der DAX hatte nur 1,88 und der Dow Jones 1,25 Prozent. Das ist dem geschuldet, dass die Arbeitsmarktdaten nicht so toll waren. Die wurden um 14.30 Uhr deutsche Zeit veröffentlicht. Und das, so Marktbeobachter, wird die Vette daran hindern, die Zinsen weiter zu erhöhen, oder zumindest nicht so schnell. Ich glaube, da müssen wir in den nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten, mal darauf achten. Das ist immer Donnerstag um 14.30 Uhr. Das wird uns eine ganze Zeit lang begleiten, diese Statistik. Erinnert mich an 2008, als die Immobilienkrise war. Da haben wir auch monatelang auf die sogenannten Housing-Daten geachtet. Und dann auf einmal hat es keinen mehr interessiert. Also immer mal darauf achten, Donnerstag um 14.30 Uhr kommen diese Daten. So, und was hat der Markt gemacht? Verschiedene Dinge passieren hier jetzt auf einmal. Das Erste, was auffällt, ist, dass die gleitenden Durchschnitte nach oben drehen. 10 überbietet 20. Das ist im Bereich von 12.340. Das ist grundsätzlich positiv, so wie es hier negativ war. Lediglich bei Seitwärtsphasen, das sind so Geschichten, da geht es halt hier rein, raus, rein, raus. Da kann man nichts mit anfangen. Und diese Dinger sieht man auch im Vorfeld nicht wirklich. Ich merke das jetzt, ich sehe das, dass das hier rausgeht. Das wird auf jeden Fall eine Unterstützung bringen. Aber es ist schwierig, das zu sehen, ob das jetzt dann bis hier hoch geht, also die gleitenden Durchschnitte oder nicht. Das ist ganz schwierig zu sehen. Wir sind in der Nähe des oberen Bandes. Wir haben ein 4 Wochen hoch. Und wir sind in der Nähe von dieser Dash-Line. Das war hier, wo ist mein Fadenkreuz? Das war hier am 24.02. und am 14.03. waren es Unterstützung. Einmal runter, hoch. Nochmal runter, hoch. Als Doppelboden genutzt. Dann haben wir uns hier damit nochmal ein bisschen beschäftigt. Und da sind wir kurz dran. Die ist ziemlich genau bei 13.000. Das ist so ähnlich, wie ich das sagte beim Dow Jones in dem Film. Die 34.000, also nie einen Stopp auf die gerade Zahl legen, auf die 13.000 in diesem Fall. Das darf man nicht machen, wenn man Short sein sollte. Für einen Short habe ich momentan noch keinen Grund. Wir sind weiter positiv über das MACD. Wir gelten als überkauft über den Oszillator. Aber das hatten wir hier auch. Und hier waren es 14 Kalendertage. Das kann also eine ganze Zeit lang uns hier begleiten. Wo wären Widerstände? Das erste ist also diese blaue gedäschte Linie hier bei rund 13.000. Eben, wie beschrieben, kommen durch diese Chartmarken. Gefolgt von dem 38er Retracement vom All-Time-High hier diese ganze Bewegung runter. Und das liegt bei 13.443. Für mich hat er noch ein bisschen Drehzahl. Also der kann das hier durchaus rausnehmen. Aber natürlich, wenn ich jetzt keine Position hätte, ob ich jetzt neu kaufen würde, weiß ich nicht. Nee, sehe ich jetzt momentan nicht. Der Schein, den ich aussuchen werde, der liegt unter der 20-Tage-Linie. Komme ich aber gleich drauf. Aber von hier, die Bänder, die sich verbinden mit dieser blauen gedäschten Linie, sind okay, ohne frische neue Aussage. Aber wie gesagt, ein 4-Wochen-Hoch ist nie von der Hand zu weisen. Das ist immer eine besondere Sache, genauso wie ein 52-Wochen-Hoch, nur halt auf einer kürzeren Zeitebene. Also grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir das hier. Das ist in Ordnung. Ich sehe keinen Grund für einen Short. Den überlege ich mir erst, wenn wir hier in diesem Bereich sind. Denn dieses 38-Tracement bei 13.443 verbindet sich auch mit den 1, 2, 3 Chartpunkten, die wir hier haben, bei etwas drüber 13.560. Das ist also so eine, sagen wir mal, recht wichtige Marke. So würde ich es formulieren. Wirklich freier, also richtig frei, auf mehrere Monate Sicht, würden wir erst werden hier über der 15.250. Das sehe ich jetzt mal nicht. Also grundsätzlich finde ich das hier ganz gut. Diese Position, die ich da eingegangen bin, Nasdaq Long und Dak Short, weil mit einer Differenz von 2.250 Punkten, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich glaube, es war im Dau-Film, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Habe ich ja schon Teile zugemacht bei 1.710. Der handelt jetzt bei 1.719. Ich lasse den einfach laufen. Wenn wir in Richtung 2.000 gehen, erweitere ich ihn wieder. Aber so im Bereich 1.200, und da habe ich nach wie vor keine Bedenken, dass wir das sehen können, würde ich dann auch wieder was zumachen. Also die Position läuft und die finde ich momentan, wie soll ich das sagen, bequem. So würde ich es mal formulieren. Hier sind die Scheine. Und zwar für einen Long habe ich noch einen 15er Hebel. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist wie gesagt hier unter der 20-Tage-Linie und unter der 10-Tage-Linie bei 12.100. Hebel 15 ist die GK5MEF. Ich finde es in Ordnung. Ich sehe halt nur hier das ein bisschen begrenzte. Da sind wir so bei 300 Punkten und 400 Punkten, die wir machen können. Also es ist jetzt schon fast ein bisschen zu spät für diesen Schein. Man kann aber auch noch einen nehmen, der deutlich höher ist, so im Bereich 12.250. Fände ich auch in Ordnung. Also ich habe hier kein Verkaufssignal. Deswegen dieser Putt hier, 14.300. Da liegen wir hier oben hinter diesem Bereich, 14.300. Und das ist die GK396G. Im Moment ein Hebel von 9, aber der wird natürlich, wenn der Markt steigt, ein bisschen weiter hoch gehen. Den schaue ich mir ganz genau an, wenn wir um die 13.500 sind. Dann werde ich mir den nur anschauen, wie sich dann Oszillator und MACD verhalten. Momentan ist es noch zu früh, den zu kaufen. Aber unbedingt auf die Watchlist, weil die Bäume werden ja auch nicht in den Himmel wachsen. Das muss man einfach so sehen. Aber 14.300 finde ich momentan schon mal, das ist ein ordentlicher Abstand. Einfach mal auf die Watchlist packen, ein bisschen genauer beobachten. Den Hebel anschauen, der dürfte dann auch irgendwo im Bereich 14.15 liegen. Das finde ich eigentlich, sollte man zumindest mal vorbereiten. Aber es ist definitiv zu früh, den zu kaufen, weil der hat hier durchaus noch Impuls nach oben. So, und damit heute Abend kommt der DAX-Film. Wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.